Moin, seht ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind momentan mit Pebbles unterwegs und versuchen verzweifelt einen Weg auf die andere Seite des Flusses zu finden. Geschaltet sich gerade als etwas schwierig. Wir müssen jetzt nochmal wieder zurück in Richtung Ortschaft reiten. Da gibt es jetzt eine Brücke auf die andere Seite. Und dann gucken wir mal, ob wir denn dann in den Wald rein dürfen. Ich hoffe, der zählt noch zur Provinz. Ich schätze schon. Ganz sicher bin ich mir langsam jetzt nicht mehr. Aber wir gucken mal. Wir dürfen die Provinz nämlich nicht verlassen, sonst muss ich erst Herrn Ratzik fragen, ob ich das denn darf. Wir sind ja ein pflichtbewusster kleiner Herr. Deswegen wollen wir uns ja hier nicht auflehnen gegen unseren Herren. Geht hier eigentlich noch ein bisschen mehr? Kann Pebbles noch ein bisschen schneller? Ich glaube nicht. Oh, Pebbles hängt schon. Wir könnten wahrscheinlich auch schnell reisen zurück. Aber wir wollen ja ein bisschen die Gegend erkunden. Deswegen reiten wir jetzt nochmal ein bisschen durch die Wicken hier eben an den Köhlen vorbei. Müssten hier gleich wieder kommen. So weit ist das auch nicht. Also keine Sorge, wir werden aber in Zukunft nicht überall hin reiten. Aber da wir jetzt gerade so ganz fresh die Gegend erkunden, kann man das ruhig mal machen. Moin Leute! Da bin ich schon wieder, hoppala, eben über den kleinen Haufen geritten. Sorry. Wollt euch jetzt hier nicht beim Köhlen stören, ne? Aber ich hab's ein bisschen eilig. Ich muss einmal nochmal zurück. Bevor wir dann auf die Jagd gehen und Vögel suchen. Das Schlimme ist, ich hab vergessen wie der Vogel laut ist. Das ist auch schon wieder vier Wochen her oder so. Dass wir über den Typen geredet haben und der uns gesagt hat, wie die Ruflaute dieser Vögel klingen. Aber wir kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Einfach mal hören, ob wir was Verdächtiges hören. Da hinten ist keine Brücke, ne? Ne. So ein Stück weit. Das ist aber nicht mehr allzu weit. Das müsste gleich da vorne bei der Ortschaft, müsste da ein Brückchen sein. Ich glaub, ich erinnere mich auch noch, das ist bei der Mühle. Da sind wir auch schon mal rüber gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber beschreien will ich es jetzt nicht. Aber wir gucken mal gemütlich. So eine Brücke kann man auch schwer übersehen. Ich glaub, hier könnten wir wahrscheinlich auch rüber. Das sieht auch sehr passierbar aus. Sehr gut. Und dann einen interessanten Ort entdeckt. Ja, das ist doch schön. Dann jetzt wieder weiter hier am Flusslauf entlang. Ruppala. Auf der Suche nach dem Wald. Pebbles hat leichte Probleme. Aber wir kriegen das hin. Pebbles ist schon ziemlich geländegängig. Nicht super extrem geländegängig. Komm, Pebbles, das schaffst du. So schlimm ist das hier nicht. So tief ist das hier noch nicht. Aber ich hab das Gefühl, wir sind schon ein bisschen blöd unterwegs. Wär schlauer gewesen, noch ein Stück mehr ins Inland hinein zu gehen. Aber ey, noch läuft's. Pebbles kann vielleicht auch schwimmen. Oh, oh, Pebbles. Jetzt vorsichtig. Was ist los? Neue Stufe erreicht beim Reiten. Ja, siehst du. Ist doch ganz gut, wenn wir vorher auch unser Reiten ein bisschen trainieren, bevor wir dann die Quest starten, wo wir den Leuten hinterher reiten sollen. Nachher wollen die nämlich dann aufmupfen, uns da davon reiten. Aber wir haben heimlich vorher mit Pebbles geübt und sind richtig krass dabei. Das ist der Plan hier. Oder hätten wir auch rübergekonnt, so wie es aussieht. Guck mal da. Bei den Köhlern wäre auch ein Weg gewesen. Oh, komm schon, Pebbles. Ich hätte nochmal ordentlich gucken müssen. Da hätten wir auch rübergekonnt. War nicht ganz so gut. Also nicht mit Pebbles wahrscheinlich. Aber mit ein bisschen Springen und so, hätte das wohl geklappt. So, jetzt. Ach Gott, wie schön der Wald aussieht. Wahnsinn. Guck dich das mal hier an. Verrückt. So, wir sind da. Wir sind in dem Gebiet. Dann lasse ich jetzt mal Pebbles sein. Oh, warte, kommst du den Berg hoch, Pebbles? Pebbles, Frankierwald. Also, wir haben den Wald entdeckt. Hier ist auch der Weg. Pebbles, ich lasse dich dann mal hier eben stehen. Du kannst ruhig wieder zurück reiten. Ich suche der Wald jetzt mal eben nach den Vögeln. Dafür müssen wir suchen. Nach diesen Fallen. Uralte Karte. Okay, warum habe ich so eine Karte? Finde ich gut, aber warum? Schaufel. Leerer Vogelkäfig. Fallen lassen. In die Satteltasche. Eine Vogelfalle, die auf ihre Beute wartet. Okay, also wir müssen jetzt gucken, dass wir entsprechend hier in diesem Wald was finden. So, wir müssen ein bisschen mehr in diese Richtung. Ja, wir gehen noch mal ein bisschen hoch, bis der Weg kommt und dann folgen wir dem Weg erstmal in den Wald. Ganz gemütlich. Wie das aussieht. Sorry, ich höre jetzt damit auf. Das bringt nichts. Aber Wahnsinn. Da, 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 da. Mein Hase. Mein Hase. Wir kümmern uns mal eben um den Hasen. Yeah. So, Hasenfleisch. Die Quick-Info kannst du ruhig mal wegmachen. 19. Wir brauchen 90 Stück. Okay. Oh, warte. Oh, nein. Nimm ruhig mal den Pfeil wieder mit. Ich war zu langsam. Hätte schneller sein müssen. Egal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jo, nächsten Hasen. Nochmal 18. Und unseren Jagdpfeil wieder. Ja, schon 37. So, wir machen mal weiter. Erstmal den Bogen wieder weg, falls jemand kommt. Und nebenbei bitte immer mal ein bisschen hinhören, ob ihr diese Vogelgeräusche hört. Hat natürlich jetzt auch zur Folge, dass wir ein bisschen leiser sein müssen. Wie kann ich eigentlich schleichen? So war das. Naja, ich gehe mal ein bisschen langsamer durch den Wald. Wir schauen zum einen weiter nach Hasen. Und versuchen entsprechend leise zu sein, um diese Vögel zu hören. Hat natürlich auch zur Folge, dass ich jetzt echt nicht ganz so viel quatschen darf. Damit wir das auch mitkriegen. So, wo sind wir denn weidmäßig? Wir sind... Wir müssen viel mehr in diese Richtung. Uppala. Also so hier schon doch noch entlang. Aber nicht zu doll. Vorsichtig. In aller Ruhe. Ist ja auch noch Tag. Auch mal eine geile Quest, ne? Was hast du denn heute gemacht? Jo, ich bin durch den Wald. Das klingt doch sehr... Das klingt doch sehr stark nach unserem Kandidaten. Ja. 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 Das klingt perfekt nach unserem Kandidaten. Ist doch super laut. Wie weit muss ich denn noch? Ich würde ja sagen, das ist hier irgendwo. Wie setze ich denn so eine Falle jetzt ein? Weil das ist ja... Im Grunde ist das ja jetzt hier... Fallen lassen. Ne, ich glaube, so geht das nicht. Die muss ich doch einsetzen, oder nicht? Ich weiß ja nicht, ob wir dann wirklich einfach nur so wegschmeißen müssen und dann warten wir. Weil den finde ich ja nie wieder. Also es ist 100 pro so eine Nachtigeile. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube nicht, dass wir den Käfig einfach so fallen lassen sollen. Der muss wahrscheinlich wirklich irgendwo hingestellt werden oder irgendwo draufgestellt werden, damit das dann zählt. Aber sicher bin ich mir nicht. Vielleicht auf so einen... Baumstumpf oder so. Wir gehen mal weiter in diese Richtung. Vielleicht jetzt auch bei diesen Bäumen da. Aber wir hören auf jeden Fall... diesen eindeutig lauten, anderen Sound. Jetzt wird es wieder leiser. Ne, das ist in diese Richtung. Warte nochmal. Das ist schon richtig. Wir gehen mal weiter da lang. Hier ist halt richtig mega laut. Hier ist es schon super laut. Wir machen das jetzt doch mal. Ich lasse den nochmal einfach fallen. Vielleicht steht doch im Questlog irgendwas drin. Okay, nochmal schauen. Der ruft den Nachtigall. Drei kostbare Nachtigallen sind aus der Obhut des Rattaya-Jägermeisters in die Wälder entflüchtet. Ich bin nicht unbedingt ein begeisterter Vogelkunter, sondern hättest lieber Brigatten und andere Lumpensack durch den Forst. Doch abwechslung ist die Würze des Lebens. Finde die Nachtigallen. Ja, aber was muss ich tun? Muss ich jetzt wirklich einfach nur so einen Käfig da hinschmeißen? Vielleicht ist die Nachtigall auch als Objekt irgendwo da. Also man kann das Modell recherchieren. Und man muss sie anklicken. Das ist hier. Das ist schon so verdammt laut. Das ist hier. Ich mach das jetzt nochmal. Ich werfe jetzt mal hier so ein Käfig hin. Ein einzigen. Nee, das kann so nicht sein. Das kann so wirklich nicht gewollt sein. Das sieht man schon. Der fällt einfach so auch komisch hin. Das passt nicht. Wir gehen einfach mal weiter in diese Richtung. Was soll's? Sind wir denn noch auf Kurs? Ja. So lang. Vielleicht irre ich mich auch. Aber es ist so laut. Ich geh mal ein bisschen nach vorne in diese Waldrichtung da. Wir müssen auch noch ein paar Hasen finden. Vielleicht schaffen wir den Hasen-Quest auch vorher. Da seh ich schon wieder einen. Vorsichtig anschleichen. Einmal ranfahren. Scheiße, ich war zu laut. Zack. Und den nächsten Hasen. Ja, läuft doch. Aber was das angeht, bin ich relativ gut dabei. So. Mal wieder weiter rumwandern. Den nächsten Hasen suchen. Machen wir erstmal die Hasen. Dann haben wir wenigstens eine Quest heute schon mal für diesen Tag erfüllt. Ein bisschen wildern. Ich glaub da hinten hab ich was rumspringen sehen. Und falls wir das mit den Nachtigall nicht gelöst kriegen, muss ich gleich mal googeln, was man machen muss. Damit wir nicht ewig durch den Wald rennen. Oh, oh. Ach, scheiße. Wo hab ich mein Pfeil hingeballert? Ich will ihn wieder haben. Pfeile sind sehr wertvoll. Egal. Ich hör schon wieder so einen Vogel. Ach, nein. Du sollst doch langsam bleiben, Heinrich. Ach, scheiße. Wo ist der denn hin geflogen? Setz vorsichtig dem Hasen hinterher. Bis er ein bisschen ruhiger wird. Wo warst du mein Pfeil? Nicht getroffen. Okay, wieso treffe ich den Hasen nicht? Ich treffe ihn einfach nicht. Dieser Hase möchte nicht von mir getötet werden. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Sammel mal deinen Pfeil auf. Und hier muss noch irgendwo einer hingefallen sein. Die sehen so, die blenden so genial in die Umgebung ein, dass ich die einfach nicht mehr wiederfinde. Egal. Wir gucken mal weiter nach Hasen. Der eine, der hat sich jetzt, glaube ich, ganz verabschiedet. Da ist wieder einer. Vorsichtig. In aller Ruhe. Ach, scheiße. Wenn die sich bewegen, läuft es nicht mehr so gut. Nein, nein, nein. Was machst du, Heinrich? Heinrich, wirf dir die Pfeile weg, du. Scheiß auf die Pfeile. Brauch keine Sau. So, warte. Heinrich, jetzt lass uns diesen... ...einen Hasen bitte nochmal verfolgen. Vorsichtig und in aller Ruhe. Aller Ruhe dem Hasen hinterher. So, er sitzt jetzt. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Das steckt doch in ihm, oder nicht? Nochmal. Jawoll. Ja. Das war gar nicht so einfach. So, mal gucken eben. Plündern. Und den Pfeil bitte auch noch. Wir haben immer noch nicht genug. So, wo sind meine restlichen Pfeile? Da ist doch noch einer. Genau, nimm den mal ruhig mit. Ich bräuchte so ein leuchtendes Auge, um Pfeile wieder zu erkennen. Okay. So, einen brauchen wir noch. Ein Häschen bräuchten wir noch. Sind wir eigentlich noch in dem Waldgebiet? Ja, wir sind noch dabei. Und dann suchen wir gleich nochmal die Nachtigallen. Das schaffen wir auch noch. Wird zwei Quests abgeschlossen. Hasenjagd und Nachtigallen. Mit den Hasen wird bestimmt noch ein Nachspiel haben. Das so im Gefühl. Aber ich bin schon ein guter Hasen. Das läuft schon mit den Hasen, ne? Also gut, wenn die sich bewegen, wird es schwierig. Aber wenn die sich nicht bewegen. Hundertprozentig. Und hier hoppelt einiges rum, ne? Muss man ja sagen. So, ich mach noch mal ein bisschen Gas. Was ist das da vorne? Baumstumpf. Wenn ihr irgendwo was Hasenmäßiges seht, sag mal ruhig Bescheid. Da. Den brauchen wir noch. Und dann haben wir es auch. Dann haben wir es auch. Scheiße, da sind Leute. Sie rennen zum Glück weg. Der Horse rennt weg. Okay, wait a second. Scheiße, nochmal. Scheiße. Dass ihr auch nicht wegrennt, ne? Bisschen unrealistisch, aber egal. Yeah. So. Letzter Hase. Schnell plündern, bevor das jemand mitkriegt. Es wird auch langsam dunkel. Wir werden dann gleich erstmal schnell reisen. Dann pennen gehen. Und dann am nächsten Tag die Nachtigall-Quest nochmal neu starten. So. Genug Fleisch gesammelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt M machen. Können wir hierhin schnell zurückreisen. Wo gehen wir denn am besten? Ja, wir gehen am besten hierhin. Willst du wirklich zu diesem Ort schnell reisen? Jawoll. Oh, da geht... Oh, die Zeit geht rum. Das ist ja fies. Man wird da auch noch müde. Da wären wir vielleicht tatsächlich sogar schneller gewesen, wenn wir nicht schnell reist hätten. Also die Zeit geht tatsächlich rum. Das ist natürlich ein Problem. Hm. Weil ich nicht weiß, ob das Fleisch so lange hält. Und da ist die Nacht hereingebrochen. Ist gut, Hahn. Ist gut. Ja, naja. Dann hört ihr den Horn krehen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann hier ganz gemütlich und ganz entspannt einen kleinen Break. Ich bedanke mich natürlich... Wo ist das nun los? Deine Hartfresse nachzuurteilen bist du Heinrich. Was willst du von mir? Pesek, der Müller, hat dich genau beschrieben. Und er hat auch genau gesagt, wie wir deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen sollen. Hä? Ich verstehe nicht. Die haben dich bei der Mühle gesund gepflegt und dafür geblecht. Oder hast du dir wieder den Schädel angehauen und erinnerst dich nicht? Aber keine Sorge. Wir schon. So, wir machen jetzt eben kurz erstmal einen Break. Ich bedanke mich dann bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.